ich behalte ich ja noch im team so wir gucken was wir jetzt ein bisschen weiter kommen hier second floor brauche ich dich überhaupt klingeling klingeling das sind so unnötige sachen okay ok ok nein das muss ja so wie viel kohle habe ich noch es ist echt nicht die welt komm scheiß drauf scheiß einfach drauf einfach drauf scheißen jetzt ist er auf itemjagd ich darf mich jetzt nur nicht verlesen leute ja er möchte jetzt gerne items für sich gewinnen jawohl aber das problem ist man hat nur eine geringe chance dass man das erwischt dass man die kriegt dass man das kriegt aber wenn man das item kriegt dann ist das alles noch ein bisschen einfacher kann natürlich auch sein dass die zeit echt jetzt verschwendet ist kann das kann alles kann muss aber nicht weil das hat jetzt locker ja fast zehn minuten gedauert aber die zeit habe ich die hast du nicht die hat er nicht die hat er einfach nicht weil er ist immer nicht im chapter 9 so wie ich das verstehe nein also er hat mal gesehen was man machen kann muss ich jetzt hin dingeling ding 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 dann machen wir uns ein bisschen schneller hä? ach da hinten ok was ist denn da hinten? ach nix du da! da hinten ist ich kann darin aus deinem sechisch wechseln blablabla 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 so ich komm her du bist schon wieder bei du du du? du bist schon wieder bei du du du? gibt es denn noch gar nicht das wärs ja wenn ich jetzt schon mega ding im vor mir hätte das wär richtig heftig Das gilt. Nokia war richtig. Okay. Wieso schaltet sich mein TV in 5 Minuten aus? Das geht gar nicht. Was macht das? Hallo, wo ist meine Fernbedienung? Mein Fernseher will sich gleich abschneiden. Das geht gar nicht. Meiner hat sich noch nicht gemeldet. Los geht's. Die ganze Zeit Memory Up, Dane. Und noch nicht einmal benutzt. Wir haben ein Problem. Was denn? Mein Aufnahmeprogramm hat sich aufgehangen. Obwohl, der macht noch weiter. Warte. Ja. Aufnahmen tut er aber bestanden. Okay. Das heißt, jetzt abbrechen wir das mal. Passt, 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 oder? Okay, ich hab mich auch gerade nicht mehr bewegt. Passt, kannst weitermachen. Ich fahre nicht auf live. Arbeit aufgenommen. Okay. Okay. Oh, Panik, Panik, Panik geschoben jetzt. Ohne Grund. Sorry, sorry, sorry. Weil ich bin wahrscheinlich mit der Tastatur da drauf gekommen. Weil mein Herz habe ich mal kurz in die Ecke geschmissen. Du hast dann... Ach, scheiße, schon wieder falsche Richtung. Oh, diese Drecks Baby Digimon, ganz ehrlich, ne? Ach, das ist das auch wieder beim Anfang? Oder wie soll ich das verstehen? Keine Erfahrungspunkte, ey. Ach, alles okay. Aber mein Team gefällt mir schon gut, so wie es jetzt im Moment ist. Ne, meinst du noch gar nicht. Ich hätte gedacht, dass es bei mir ein bisschen schneller geht mit dem Team. Das geht bei dir schneller? Ich hab gedacht, dass das schneller geht. Wie viel Platinum-Sucamon hast du denn im Moment dabei? Drei. Und du? Eins. 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 Hast du noch eins gemacht, oder was? Ne, ich hab mir zwei gemacht. Und das eine habe ich hochdigitieren lassen, um neue Attacken zu kriegen, damit das auch ein bisschen stärker wird, wenn ich das im Kampf benutzen will. Ah, so weit denkst du schon. Mh. Mh. Außerdem steigen die Werte ja auch, wenn das Digimon höher gehen kann. Ne? Das ist ja auch wichtig. Ach, was mach ich da eigentlich? Ich wollte nicht ins Digi-Lab. Ich bin so blöd. Oder? Ne, ich wollte grad was ganz anderes. Das wollte ich eigentlich auch nicht so, aber okay. Oh, scheiße. Oh, wie ich mich einfach gerade mal verlaufe. So unmöglich. Du verläufst dich, das kostet dich wieder Zeit. Ach! Diaboromon. Äh, Infamon, meine ich. Ach, da ist doch mein Lieblingsfreund Arata. 24 Minuten gleich. Mein Gott. Are you fucking serious? Wie viel Damage machst du bitte? Wäre der Gegner? Ja. Ja, laber nicht so viel. Miss! Was denn? Natürlich ein Miss! Oh! Bei dir oder was? Ja, das war gerade wirklich unnötig. Ohne Scheiß. So schlimm. So, weg. Drecks viel, ey. Ähm. Ja. Beganns Ohr. Ich bin da ein bisschen verwirrt. Warum? Ach, egal. Warum bist du verwirrt? Erzähl, ich bin nur ganz Ohr. Nein. Warum bist du verwirrt? Hast du verkackt, oder? Ich will nicht. Nein. Das war die Juku. Mit der haben wir schon lang nichts mehr gehabt, ey. Das klingt auch gut. Mit der haben wir schon lang nichts mehr gehabt. Das könnte man auch mehr mit dir verstehen, ne? Boah, du mal wieder Zeit hast. Ich meine, wie ist der noch so verlegt? Oh mein Gott. Nein, was du wieder denkst, ey. Ich denke an gar nichts. Hallo? Du hast damit angefangen. So, die haben wir jetzt auch abgearbeitet. Kommt noch irgendwas? Nein, die Musik hört sich gut an. Dass der zufrieden ist und endlich geht. Damit wir mal weitermachen können hier. Warum soll man eigentlich eine Fähigkeit nehmen, die auch alle trifft, mit fünf Punkten weniger als der andere? Ja, es ist... Chapter 10! Das gibt's doch nicht. Warum? Wie weit der ist? Kommt jetzt gleich wieder, oder? Ja, ich sag da nichts mehr zu. Ist unnötig. Warum? Ja, was unnötig ist. Da kann man nichts mehr zu sagen. Bin ja mal gespannt, wie... Jetzt bist du doch in acht, ne? Ja, immer noch. Aber Leute, ist euch aufgefallen, dass wir eigentlich relativ wenig uns verlaufen, im Gegensatz zum Anfang des Spiels? Am Anfang haben wir uns mehr verlaufen, stimmt, ne? Und jetzt? Jetzt ist man wieder so in dem Flow drin. Man weiß ungefähr, worauf man wieder achten muss. Wird's noch ein bisschen mehr erzählen? Aber jetzt kommt bei mir so über die Story-relevanten Sachen jetzt, ab Chapter 10, ab der Hälfte. Weil jetzt ist es ungefähr die Hälfte. Hast du nochmal gut zusammengefasst. Ich oder was? Oder du? Hä? Nee, nicht du. Ähm. Dingsbums sind's hier. Dingsbums sind's hier. Hm. Hey, willst du mich eigentlich verarschen? Ja, Nokia, ich bin unterwegs. Ach, das ist dein Problem. Wer hat dein Problem? Ich könnte mir schon längst ein neues Ultra-Digimon machen, aber die anderen nicht, die ich haben möchte eigentlich, weil, ähm, mein Karm-Wert ist ein Karm-Wert. Ah, 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 das ist der leichteste Wert eigentlich. Ich nehme jetzt das, was zur Verfügung steht, ganz einfach. Kannst du auch schon? Oh, du kannst sogar in alles. Okay. Die wollen kämpfen? Okay. Der kann gar nichts, weil auch der Karm-Wert da falsch ist. Das heißt, ich muss euch wieder mit den... Ich will euch nicht mit in die Kämpfe nehmen. Warum nicht? Weil ich da im Moment keinen Lust zu habe. Du kannst ja hier neben Bayer mir da mal dein geliebtes Skardion machen. Hahaha, Kolosseum. Warum? Vielleicht hast du ja Bock drauf. Nein. Ey, ich bin grad viel zu entspannt, ne? Ich chill hier grad nur im Menü und mach sie vor mich hin. Das ist grad echt unglaublich. Das ist unfassbar. Du musst eigentlich schnell spielen. Du verlierst ja... Selbst da verlierst du, glaub ich, schon Zeit, ey. Ja, weil ich alles wirklich ganz bedacht mache hier. Auf einmal. Ich soll es einfach machen müssen. Ne, schon die ganze Zeit. Oh, jetzt hab ich vergessen, was sie gesagt hat, wo der ist. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Da ist er tatsächlich. Wuhu. Da ist er jetzt tatsächlich. Ich bin echt gespannt, wenn wir durch sind, wo du bist, ey. Oder wo ich bin. Ja. Ich seh schon, komm, ey. Und dann hab ich hier ne bisschen Übertragung von zwei Stunden. Hahaha. Was erzählst du mir jetzt hier über Comics, ey? Ganz ehrlich, warum erzählst du mir das? Das interessiert mich im Feucht... Ihr könnt immer doch in die Kommentare schreiben, wer gewinnt. Ach, die Skrips und der alte Opfer. Wir haben noch eine Minute, haben wir noch, ne? Hab ich da getroffen. Ja. Echt? Da ist die halbe Stunde wiederum. Wow. Auf einmal bin ich hier oben. Hm, genau. Ja, ja. Comics. Bla. Rare Comics. Interessiert mich nicht. Okay. Erzählt ihr mir jetzt nur was über die Comics, oder was? Scheinbar, ne? Oh mein Gott. Was denn? Ich kann gar nicht so... Ah! Das ist grad wirklich nur überfliegen hier. Ja, ich würd nicht so die ganze Zeit überfliegen. Ich weiß nicht, was du machst. Was macht denn der eigentlich? Ich chill meine Bates. Die ganze Zeit chillen? Ich chill meine Bates. Ja, ich merk's. Chill your life, oder was? Ich bin schon auf den ich. Ich mich ganz ents... Ich spiel jetzt ganz entspannt. Ich will's gelesen. Auf einmal! Super! Also, wir müssen jetzt eigentlich schon abspeichern. Wie, da kannst du speichern? Äh, das hab ich jetzt nicht gelesen. Ne, ich bin grad im Dialog. Sag mal, wie du nur speichern kannst. Ach, ich kann jetzt speichern. Okay. Dann darf abkühlt Verabschiedung. Dankeschön fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, euch haben diese Parts gefallen. Ich hänge Ewigkeiten hinterher. Das ist halt so, wie es ist. Er macht sich jetzt ganz chillig. Ähm, da wollen wir uns... Ja, da wollen wir uns jetzt nicht beschweren. Und ja. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, let's play together, let's race together, oder let's battle together. Digmon Story, Cyber Slayer. Für mich und eurem Dengoku-Senpai. Digga-Mail-Avines. Ciao! Ciao!